Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich hab euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf FreenetDigital.de. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 22. November. Sorge um Heimbewohner in Wiesbaden, neue Corona-Regeln in Hessen und der RKI-Chef warnt vor fünfter Welle. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die bevorstehende Umwandlung des defizitären Robert-Krekelhauses durch den Betreiber, den AWO-Kreisverband Wiesbaden, von einer Einrichtung für psychisch Kranke mit erhöhtem Pflegebedarf in ein Altenpflegeheim alarmiert Angehörige von Betroffenen. Das große Problem, wo sollen die Betroffenen denn nun eigentlich hin? Es gebe keine gar vergleichbare Einrichtung im Umkreis, sagt eine Angehörige im Gespräch mit uns. Man werde sich um jeden einzelnen Fall kümmern, verspricht der stellvertretende AWO-Kreisvorsitzende Franz Betz. Es sei den Verantwortlichen bewusst, dass es für die derzeitigen Bewohner des Krekelhauses nicht einfach sei, sich jetzt wieder umstellen zu müssen. Neue Facette im Konflikt um das Projekt Ostfeld Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat die Verbandsklage des Bundes für Umwelt und Naturschutz angenommen und das Verfahren eingefroren. Es bleibe ausgesetzt, bis das Bundesverwaltungsgericht über einen ähnlichen Fall in der Wetterau entschieden habe, sagte eine des Gerichts. Befürworter und Gegner des Ostfeld-Projekts reagierten unterschiedlich. Die Klage habe keine Auswirkungen auf die Arbeit am Thema Ostfeld, ob sie nun laufe oder auf Eis gelegt sei, sagte Roland Stöcklin, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft. Kritiker finden, dass die Stadt nicht so munter weitermachen könne wie bisher. Das Stadtparlament habe klare Vorgaben für die Ostfeld-Satzung gemacht. Eine davon laute, dass sich ein Verfahren zur Zielabweichung vom Regionalplan positiv entwickeln müsse. Positiv sei nur, dass der Konflikt nun die Gerichte erreiche, weil die Karten auf der politischen Bühne ausgereizt seien. Hessen verschärft am kommenden Donnerstag, 25. November, für mindestens vier Wochen seine Corona-Regeln. Demnach gelten ab sofort neue Schwellenwerte für die Einführung schärferer Corona-Maßnahmen. Diese sind abhängig von der Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, der sogenannten Hospitalisierungs-Inzidenz. Künftig wird ein negativer Corona-Test nicht mehr für einen Besuch von Innenräumen in Restaurants, Sportstätten, Spielbanken oder Kultureinrichtungen ausreichen. Hier gilt künftig 2G, Zutritt also nur für Genesene und Geimpfte. Zusätzlich gilt eine Maskenpflicht an Sitzplätzen, etwa im Kino oder Theater. Mit Inkrafttreten der bundesweiten Regeln gilt in Hessen ebenfalls die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wer bei der Arbeit mit Menschen in Kontakt kommt, muss geimpft oder genesen sein, oder sich täglich testen lassen. Zu den weiteren Regeln zählt unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Moderna Stadt Biontech Nach der Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums, dass die Hausarztpraxen künftig vorrangig den Impfstoff von Moderna Stadt Biontech geliefert bekommen sollen, hagelt es Kritik aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Sabotage der Impfkampagne aus dem Bundesgesundheitsministerium, nennt Christian Sommerbrot, Sprecher des Hessischen Hausärzteverbandes, das Vorgehen. Die geplante Umsetzung gefährdet im höchsten Maße den Erfolg der dringend nötigen Impfkampagne und eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung. Der Verband hat noch am Samstag eine Resolution verabschiedet und fordert, alle Niedergelassenen sollen ab der kommenden Woche, wie geplant und benötigt, Biontech und gegebenenfalls auch Moderna, bestellen. Gut einen Monat vor Weihnachten setzt sich der Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen ungebremst fort. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte erneute Höchststände. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief zu flächendeckenden Kontaktbeschränkungen auf und warnte vor der nächsten Corona-Welle, falls Gegenmaßnahmen nicht schneller umgesetzt werden. Wenn das Verringern der Kontakte und das Impfen nicht intensiv gelingt, werden wir nach den jetzigen Modellierungen auch noch eine fünfte Welle bekommen, sagte Wieler der Deutschen Presseagentur. Der weitere Verlauf des Winters hänge stark davon ab, was jetzt geschieht. Um die aktuelle Situation zu entschärfen, müssten nach Wielers Ansicht flächendeckend die Kontakte in Deutschland eingeschränkt werden. In den Bundesländern, in denen die Zahlen jetzt noch niedrig sind, habe man mit Kontaktbeschränkungen die Chance, die Zahlen auch niedrig zu halten. Dort, wo die Zahlen hoch sind, sei es eigentlich sehr spät, wenn nicht zu spät, sagte Wieler. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadenerminuskurier.de. Schönes Wochenende! Das war die heutige Ausgabe von Gude Wiesbaden, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Hört euch aber auch gerne mal unseren Podcast Rheingehört, der Wiesbadener Volontäre an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM